Hallo liebe Facebook-Freunde und Follower, ich bin Barry Jünemann. Ja, jetzt mache ich aus aktuellem Anlass doch noch ein Video. Und zwar sind mir Informationen und Daten zugespielt worden, die ich mit meinen Recherchen der letzten Jahre abgleichen konnte. Und da geht es um die Thematik Ebola-Depopulation der Menschheit. Ich habe dazu drei Tab-Seiten erstellen müssen und habe nur 15 Minuten Zeit. Deshalb gehe ich relativ zügig durch. Ich muss dazu sagen, ich habe alle Informationen, alle Spreadsheets, alle Fotos, alle Dokumente bei mir auf der Fan-Seite in der Rubrik Alben, sodass jeder sich jedes Dokument selbst in Ruhe nochmal runterladen kann, downloaden kann und sich in Ruhe durchlesen kann. Die Situation Ebola ist großteils bekannt und da möchte ich auch nicht weiter darauf eingehen. Man kann hier nochmal die komplette Story lesen, wo es herkommt, wie es dementsprechend sich verbreitet hat, wo die Problematiken liegen und so weiter und so weiter. Hinzu kommt, dass jeder mein Video kennen wird, nämlich von dem vermeintlich nicht vorhandenen Patienten, so dass man hier in der Quarantäne-Kammer sieht, dass dort gar kein Patient drin ist. Ein Foto musste nachgestellt werden, dass man da überhaupt nochmal dementsprechend einen Patienten sieht. Dann kennt man also auch das Foto, was ich gepostet habe, wo wir die Ankunft eines Patienten in Dallas sehen. Und alle sind es ja also in ihren entsprechenden Sicherheitsanzügen. Und hier der Schwerkranke, Viruskranke und hier haben wir also einen Mann mit einem Klemmbrett, der zumindest seine Augen geschützt hat vor der Sonne, aber ansonsten gänzlich ohne Schutz ist. Dazu muss man sagen, dass es auch schon weitläufig bekannt ist, dass die US-Regierung ein Patent auf das Ebola oder sogar auf mehrere Formen des Ebola-Virus hat, genauso wie auf HIV, AIDS und Schweinegrippe etc. pp. Der nächste Punkt, ich habe das Ganze als Depop-Virus benannt, also ganz einfach als Depopulations-Virus. Und hier, wie gesagt, breitet sich ein Text aus. Auch nachzulesen bei mir in der Rubrik Alben, das komplette Dokument hier nochmal geht es weiter. Der weitere Ebola-Fall in Dallas ist aufgetreten. Das heißt, man zieht so langsam, sagen wir mal, die Fäden zusammen und schürt mehr Ängste. Und hier habe ich nochmal einen kleinen Bericht, Ebola oder das moderne AIDS-Virus. Hier ist allerdings die Situation, dass nicht eine bestimmte Zielgruppe trifft oder Randgruppe trifft, wie auch immer man das jetzt nur nennen will, sondern hier betrifft es die gesamte Menschheit oder kann die ganze Menschheit befallen. Denn die ganze Situation ist so, dass auch die amerikanische Gesundheitsbehörde bereits schon sagt, um Ebola zu stoppen, müssen wir vielleicht ganze Länder impfen. Ich hätte da in Klammern noch geschrieben, ja, dezimieren, depopulieren, wie auch immer. Das Ganze ist also nicht nur eine Aktion, um die Menschen auszudünnen, sondern auch gleichzeitig eine genetische Veränderung am Genpool, am Genmaterial der Menschen durchzuführen. Was hier Wissenschaftler ganz klar bestätigen, nämlich die Übersetzung der entscheidenden Textpassage. Es ist ein Schimpansen-Adenovirus-Impfstoffvektor, in den zwei Ebola-Gene eingefügt wurden. Auch dieses Dokument bei mir auf der Fanseite in der Rubrik Alben nachzulesen. Die Vorbereitung ist natürlich dementsprechend, und zwar bereitet sich die US-Regierung auf 200 Millionen Tote in den USA vor. Viele meiner Follower haben gesagt, mein Gott, das kann doch gar nicht sein, ist doch gar nicht möglich. So eine Riesenzahl, wie soll das denn funktionieren? Dazu möchte ich mal ganz kurz zum zweiten Tab kommen. Und zwar habe ich auch dementsprechend Dokumente bei mir auf der Fanseite. Nehme ich einmal das Scenario for the Future of Technology and International Development von der Rockefeller Foundation, wo auch hier ganz klare Strategien gezeigt werden zur Ausdünnung der Menschheit und wie es durchgeführt wird. Wir haben auch Unterlagen hier, zum Beispiel am 31.12.2011 unterzeichnete der US-Präsident Obama den NDA Act, den National Defense Authorization Act, und der besagt, dass die US-Streitkräfte jeden inhaftieren können, wenn es dem militärischen Zweck dient, und das ohne eine Gerichtsverhandlung, ohne Anwesenheit eines Anwalts etc. pp. Ist nun 565 Seiten, starkes Originaldokument, kann man auch hier bei mir in der Rubrik Alben nachlesen, wie er Spaß daran hat. Das gleiche nochmal mit der Homeland Security, auch hier dementsprechend auf Massen-Depopulations-Szenarien ausgelegt, und auch nachzulesen bei mir auf der Fanseite Rubrik Alben. Auch nochmal die FEMA Executive Order, das heißt, welche Rechte hat die FEMA im Fall der Fälle, und das ist also ganz, Executive Order, sorry, Nummer 12, 14, 8, also es ist, für jede Situation gibt es da ganz klare Weisungen, was getan werden kann. Dann ist vor, na es war gut so zwei Jahren, ein Dokument aufgetaucht von der World Resource of Populations, wo, ich sag mal, die Länder der Erde, ja, in Dollar aufgerechnet werden, wie ein Buchhalter hat man dort dementsprechend alle Länder aufgeführt, und gut, man fragt sich, für wen? Sollen die Länder verkauft werden, oder gibt es eine wirtschaftliche Rechnung? Gut, ich komme jetzt aber zum eigentlichen Thema, und zwar ist das meine dritte Tab-Seite, nämlich die Seite diegel.com. Diegel.com ist ein militärisches Logistikunternehmen, die dafür verantwortlich sind, dass entsprechende, ja, ich sag jetzt mal, Aufzeichnungen angelegt werden, über militärische Flugzeuge, über Seestreitkräfte, Landstreitkräfte, selbst weltraumstrategische Vehikel, kommerzielle Fluggeräte, Waffen, Raketen, und, 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 und. Also da wird quasi Buch geführt, über alles, was dementsprechend irgendwo dem Militär dient, oder dem Militär zur Verfügung gestellt wird. Die Ressourcen, also sprich, die Quellen, nicht Ressourcen, sorry, die Quellen, die kann man also sehen, und zwar, wenn man da die Links drückt, dann landet man also bei der offiziellen Regierungsseite der USA, oder zum Beispiel bei dem Department of Defense. Das entscheidende Dokument ist aber dieses, ja, ich sag mal, ja, Depopulations-Spreadsheet, würde ich es mal fast nennen. Und zwar gibt es hier eine Auflistung von 209 Ländern, die auch dementsprechend die Population der einzelnen Länder zeigt. Und wenn wir hier zum Beispiel auf die Vereinigten Staaten von Amerika drücken, werden wir sehen, dass die Population derzeit bei 316 Millionen ist und dass die Firma Diegel über deren Quellen, sprich US-Regierung, Ministry of Defense und so weiter und so weiter, über diese Quellen auch eine Vorausschau macht bis 2025, also das Jahr 2025. Und danach sieht die Population der Vereinigten Staaten so aus, dass es dort nur noch 69 Millionen gibt. Also, Differenz, 316 Millionen aktuell, in gut 10, 11 Jahren sind es nur noch 69 Millionen. Und diese Länder sind generell aufgelistet, und zwar in dem Bereich, dass es eine gesamte Vorausschau gibt, wo man jetzt sagen kann, einmal gibt es Länder, wo sogar ein Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen ist, und dann gibt es Länder, die rot gekennzeichnet sind, wo dementsprechend, ja, wo ausgedünnt wird. Das Kuriose dabei ist, dass die Depopulationsländer nur die Länder sind, ich will jetzt nicht sagen die westlich zivilisierten Länder, das hört sich immer ein bisschen seltsam an, aber die Länder, die, sagen wir mal, schon kritisch ihrer Regierung gegenüberstehen. Und das ist nun mal auch Amerika, das ist Deutschland, das ist Großbritannien, das ist Niederlande etc. pp. Ihr könnt es selber gerne nachschauen. Und, ja, ich sag mal, das Verschwörungsszenario der Depopulation nimmt wirklich Formen an. Hier könnt ihr es selber lesen, auf diegel.com, dementsprechend nochmal nachlesen, 360 Millionen, geplant bis 2025, runter auf 69 Millionen. Alle Dokumente könnt ihr auf meiner Seite nachlesen, auf der Fanseite Barry Hünemann. Und, ja, ich hoffe, dass die kleine Warnung angekommen ist und jeder sich da mal seine Gedanken macht, ja, wie es dementsprechend aussieht, ob man da seiner Regierung überhaupt noch trauen kann.